Hey und willkommen zur nächsten Folge von Forever Stranded Reloaded und dieses Mal auch Forever Stranded, nicht Stone Attack, das habe ich nämlich neulich in der Folge gesagt und weder ich noch Kev hat es gemerkt. Moin Kev. Moin, Moin Leute. Ich habe knallert Stone Attack oder irgendwann gesagt in den letzten Episoden und es hat einfach keiner gecheckt. Dir ist auch nicht aufgefallen? Ne, überhaupt nicht, also nicht. Ja, okay. Geil. In der letzten Folge hatte Kev einen äußerst hübschen XP-Farm da vorne gebaut, man muss sich nur reinstellen, kriegt das Zeug zu. Und er hat es auch mit seinem Markenzeichen versehen, das finde ich sehr gut, Markenzeichen sind wichtig. Schaut mal, wenn ich mich hier rein stelle, einfach Level 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, das läuft. Ich brauche gar nicht so viele Level. Das ist eigentlich nur für die Crafting-Sachen, deswegen ist ja auch die Crafting, die Vanilla Crafting-Bench, weil für das goldene Lasso, welches du für den Angel Ring brauchst, musst du ein paar Level-Crafts machen. Und die machst du halt hier. Stimmt, das ist noch fett auf der To-Do-Liste, weil Fliegen ist halt einfach ziemlich geil. Irgendwann bei meinem E-System müssen wir einfach gucken, so eine Quantum Entanglement, das hattest du damals gemacht in Forever Stranding, ich weiß noch gar nicht mehr, wie das geht, damit wir auch überdimensionsübergreifend auf unserem E-System zugreifen können. Das wäre vielleicht noch so ein Ding, wo wir dann irgendwann auch nochmal einen Blick reinwerfen müssten, wenn dann Richtung Angel Ring fliegen, das muss auch in einer anderen Dimension dann gehen, falls mal weg sollten oder sowas. Jedenfalls, Mark, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Ja? Ich habe hier nämlich laufen lassen und habe die Maschinen ausgeschaltet. Guck mal, was hier drin ist. Hier drin sind 1,1 Millionen Sand im Klartext, äh, Sandstein. Ja, Sandstone. Ja, 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 Sandstone. Das heißt, das hat ja locker gereicht. Du hast doch schon befürchtet, du musst einen ganzen Monat das durchlaufen. Aber das, genau, ich habe erst heute geguckt, ich habe es heute und das habe ich umgestellt, deswegen sind hier nur 30.000 Sand. Aber wir brauchen nur noch eine Million Sand und dann haben wir insgesamt 5 Millionen Sand gekriegt und schau mal, krass, wie viel Kabel hier drin ist. Äh, ja, 33 Millionen, aber warte mal, das ist nur der Überschuss sozusagen, ne? Nur der Überschuss, also deswegen das reicht. Ja, 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 also das ist in Ordnung. Die Kabel-Store, die sind halt jenseits von guten Bösen, aber da siehst du mal, wie gut das jetzt schon wieder war, diese, ähm, Quantum-Storage-Units zu machen, weil die können halt, ich glaube, ein Integer speichern und 2 Milliarden Items kommen da rein, ne? Ich glaube, weißt du, was das heißt? Ich meine, wir dürfen uns etwas, dürfen uns etwas freischalten. Stimmt, weil bei der, bei der, bei der Quest und so, ja, es hieß übrigens, glaube ich, in den Kommentaren, dass das gar keine, äh, Consumable-Quests sind sozusagen, die Teile, das heißt, man muss die gar nicht aufbrauchen, sondern das Ding hätte normalerweise einfach nur irgendwie die auch gespeichert oder so. Okay, komisch. Wir können, äh, Cobblestone und Under the Sand, die beiden Dinger können wir freischalten. Ey, da gibt's bei Under the Sand 5 goldene, entschartete Äpfel. Ähm, das hat irgendwie schon bei mir funktioniert, als du BQ-Admin-Complete gemacht hast, ist es bei mir auch Komplete gewesen, ne? Der, der Sand, du hast gerade den Sandstone gemacht, einen Cobblestone kannst du ja auch. Genau, das ist bei mir direkt, äh, freigeschaltet worden noch. Ach, Cobblestone hab ich noch nicht gemacht, genau, das muss ich halt auch noch manuell eintragen. Edit? Hey, wieso kann ich denn da editieren? Achso, wahrscheinlich waren wir ja Admin drin. Achso, weil ich gerade im Edit-Modus bin. Ah, okay, okay. Nö, dann... Hast du es jetzt auch gekriegt? Warte ganz kurz, ich geh mal kurz so. Ja, ja, ich hab's aufgeregt, also ich musste bisher die nicht eintippen, weil die hatten wir eh schon beide, weil wir sind ja ein Team. Das ist ja cool, dann mach ich jetzt den Edit-Mode aus und dann... Ich glaub, ich glaub, weil wir im Team sind sozusagen, deswegen... Vermutlich. Äh, muss das immer nur einer machen. Sehr schön. Ja, aber zwei neue Quests, das heißt schon wieder was richtig Fettes. Ja, warte mal ganz kurz, haben wir irgendwas Neues noch gekriegt? Ist irgendwas Neues freigestellt worden? Ne, gerade nicht. Ne, ne, das nicht. Was Neues sehe ich gerade nicht, aber... Oh mein Gott, ne, wir müssen ja auch endlos Diablöcke halt kriegen, ne? Das ist dir bewusst und weißt du, was wir die ganzen... Äh, weißt du, was wir die ganzen Diablöcken machen können? Kühlung für den Reaktor. Super. Also da bin ich auch gerade dran. Nächste Folge wird auf jeden Fall spannend. Ich bin da, wie gesagt, komplett dran. Das wird die ultimativste Erzproduktion aller Zeiten. Genau. Und weißt du, wo ich gerade dran bin? Ich bin an dem, was danach kommt, so indirekt schon dran, weil, da siehst du, brauchen wahrscheinlich eine Million Nether-Stars, ne? Freust du dich schon, auf eine Million Nether-Stars zu farmen? Eine Million Nether-Stars? Ich glaube, das wird aber schnell gehen, oder? Okay. Ja, mal gucken, was die Boot-Farm hier macht. Die wird uns da hinbringen. Das ist halt so ein kleines bisschen Next Level dann am Ende. Okay. Ich hätte einfach mal losgelegt und weitergemacht, wo ich aufgehört habe bei dieser Boot-Farm. Und da fehlen, also ich habe jetzt das Grundgerüst fertig gebaut, gekriegt in der letzten Episode so grob. Ich habe die letzten Teile gemacht. Ich habe da oben schon mal diese Creeper-Dinger drauf gemacht. Und sehr, sehr viel. Wir hatten ja sehr, sehr viele Ressourcen mit dem E-System. Deswegen ging das eigentlich auch extremst schnell. Aber ich brauche jetzt noch zwei Dinge. Ich brauche jetzt hier, das ist schon wieder ein paar Tage her, ich muss wieder reinkommen. Ich brauche hier erstmal diesen Mob-Hacktory-Controller, wenn ich das richtig sehe. Also wenn ich jetzt hier AddWood tippe, ich glaube, das eine oder andere... Hier, einen Mob-Controller, den habe ich. Und ich muss jetzt hier dieses Mob-Factory-Spawner-Grinder-Ding machen. Dafür brauchen wir so Tier-1-Upgrades mit Quarz-Shards, Under-Iron und Factory-Casing. Dann so ein Tier-2-Upgrade mit Emerald-Shards und ein Under-Iron und ein Factory-Casing. Und Tier-3 mit Diamond-Shards, wieder Factory-Casing und Under-Iron. Und ich werde nichts wag, wenn ich nicht einfach jetzt mit einem Mausklick das durchcraften könnte, weil ich es vorbereitet habe. Deswegen, es ist da. Wir haben es. Dann immer noch eine halbe Million Erde schon wieder im System, ne? Also, passt ja aber. Leute, hier... Das ist die Erde, die halt abfarmt, also... Ja, guck mal hier. Dann klicke ich jetzt mal da den Factory-Spawner-Grinder hin und oben mache ich den Mob-Controller drauf. Boom! So, und jetzt steht da Unprogrammed-Mob-Controller. Also, ich kriege schon mal einen Output, ja? Wir kriegen alle Tiers gerade rausgeschmissen. Nein, der Ding ist nur unprogrammiert. Und wie programmieren wir jetzt diesen Controller, dass der weiß, was er tun soll? Den wird einfach anrufen. Nein, wir machen folgendes. Wir brauchen so einen Mob-PRISM. Das haben wir schon mal aus Quests gekriegt. Das allows you to capture Mob. Und dann kann ich das auf diesen Controller usen. Und dreimal dürft ihr raten, welches Mob wir jetzt captchen. Welches Mob captchern wir? Wither! Richtig. Deswegen Wither-Skulls. Einfach mal drei Köpfe hin. Und dann hole ich mir Soul-Sand aus dem Dings raus. Und ich werde jetzt noch einmal in unsere kleine Gimmelbude da vorne gehen und den halt erst noch mal manuell killen, aber mir davor von ihm was abzapfen, nämlich... Spark, eine Frage zwischendurch. Ja. Zum Beispiel hier. Ich weiß jetzt nicht, wie du die Verkabelung gemacht hast. Am Reaktor an der Seite. Hier vorne, wie viele Channels... Also das ist ja ein 8-Hach-Channel. Sind doch die sämtlichen 8 hier für frei, für diesen Strang? Äh, ja. Ich glaube ja, oder warte mal ganz kurz. Nee, nicht ganz. Die teilen sich, die Channels, mit allem hier hinten sozusagen. Also ich habe halt das Kabel von der Seite hier gezwackt und das ist nur ein dünnes Kabel, weil hier irgendwo... Warte mal ganz kurz, können wir schauen. Wo ist denn das dicke Kabel? Hier, siehst du? Weil ich würde mir da halt gerne nochmal 8-Channel abzwacken. Ja, die... Das geht ja, weil... Einer geht hier hin, einer geht zu mir. Das heißt, wir hatten noch 2 mal 8 frei. Ja gut, du musst halt bedenken. Alles, was in der Base dran hängt, ist auch noch an dem Kabel, ne? Du kannst das aber sehen. Pass auf, Kev, du kannst das messen. Zunächst mal, hier siehst du, dass 4 von 32 belegt sind. Das hier ist das dicke Kabel. Das kommt von vorne. Und dann gehen 8 zur Seite nach vorne zu dir und 8 hier zur Seite zu mir. Und von meinen sind natürlich die Reaktorkabel mit drin, plus die Wutfarben, plus hinten unsere Quantum Quarry und halt Optionen für vielleicht ein bisschen mehr. Du könntest jetzt auf dieser Seite theoretisch dir noch welche abzwacken, wenn du die nochmal zusätzlich brauchst, genau. Ja gut, dann gehe ich einfach hier, weil das für die Erzproduktion wird es einfach wichtig, diesen Platz zu haben. Ja, dann können wir das machen. Dann hätte ich aber gesagt, ich gucke mal ganz kurz bei uns rein ins ME-System und check mal ganz kurz ab, wie viel Channel überhaupt schon belegt sind. Belegt haben wir aktuell 12 von 32 auf diesem Kabel hier. Okay, das heißt, also ich brauche glaube ich nur 4 Channel sowieso, deswegen... Dann kannst du ja theoretisch sogar die nehmen, die zu deiner Dingsfarm hintergehen, oder? Ja, ich glaube, da will ich hinten noch später paar andere Sachen bauen und das soll unabhängig von allem laufen. Dann passt das. Und weißt du was, was ich mache? Ich mache jetzt die nervigste Aufgabe und du wirst mir danken. Ich reiße jetzt endlich diesen Zaun zwischen unseren Basen runter. Sehr gut. Let's go. Dann können wir da ein bisschen besser durchgehen. Ja, ja, ja. Weil das ist ja eigentlich unnötig, weil wir haben ja schon einen größeren Zaun außen rum. Das ist einfach nur eine kleine Barrikade. Aber wir haben aber nie Zeit, das zu machen. Die Leute quengeln so ein bisschen. Was heißt quengeln? Schwer gesagt. Aber baut doch mal schöner! Ja, das Problem ist nur in den Folgen, haben wir da nicht wirklich die Zeit zu. Und abseits der Folgen machen wir gar nichts. Das wie ein Stone-Attack. Ja, also wir haben ja keine Streams. Das ist ja ein YouTube-Oni-Projekt. Wir haben unsere circa eine halbe Stunde so pro Episode Zeit, damit wir das irgendwie unter den Hut kriegen. Ansonsten wäre das Projekt so wahrscheinlich nicht möglich. Wir können da keine fünf Stunden täglich reinballern. Natürlich kann man alles übertreiben. Die Frage ist, ob wir das umsetzen können. Ich weiß nicht, was die Langfristperspektive ist. Vielleicht irgendwann nochmal am Schluss oder je nachdem können wir ein paar Sachen überarbeiten. Mal schauen. Wir lassen uns das offen. Genießen einfach die Folgen, so wie sie kommen, für den Anfang. Du hast den Wither gespawnt, oder? Wer? Bitte was? Wither? Ja, der war gut. Ja, aber... Nee, ich dachte, vielleicht bin ich in die Richtung gelaufen, wo ich den einen entlaufenden Wither... Ach so. Ist das eigentlich normal, dass hier unten eine Kiste ist mit TNT drunter bei uns? Vor der Base? Hast du die mal gesehen? Beim Wither? Da ist eine Kiste mit TNT drunter. Eine Kiste mit TNT? Ja, der Rest ist anscheinend mit einem TNT-Block drunter. Hä? Direkt vom Eingang vom Wither? Hast du gemacht? Safe? Nein, 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 nein. Hier ist eine Kiste vergraben, vielleicht noch vom Schiff und so. Das siehst du dann vielleicht gleich. Das ist jetzt kein Joke. Aber ich geh mal ganz kurz rein. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ich hab jetzt erstmal den Wither reinprogrammiert. Komm mal vorbei, der zeigt mal mit dem Wither weg, und dann zeig ich dir, was da abgeht. So, das Prisma ist jetzt programmiert mit einem Wither drin. Ihr seht, das ist jetzt so unschanted. Lol, stimmt, du hast recht. Ja. Der Wither hat, glaube ich... TNT macht mal weg, also... Nee, warte mal, ich komm gleich vorbei. Ich bin noch kurz mit dem Wither beschäftigt. Ich würde gerne wissen, was drin ist. TNT kann ich schon mal abbauen. Ich vermute, dass das halt durch die Wither-Explosion mal freigelegt wurde hier. Und dass das so eine von diesen Hidden Chests sozusagen ist. Schau dir mal den Loot an, der in der Chess ist. Ja, hier ist noch viel mehr TNT. Du kannst das ja ganz normal abbauen, ist ja kein Problem. Ich meine, in der Kiste ist ja absolut gar nichts. Ja, okay. Ah, wahrscheinlich eine Trap-Chest. Einfach nur so als Falle oder sowas. Vermutlich, ja. Aber hier ist einfach TNT drin, versteckt gewesen. Ich habe auch nichts rausgenommen, aber ich habe das gerade gesehen und dachte mir, na, nu, weiß man, ob wir die jemals schon gesehen haben hier. Ja, echt, also ich finde es cool eigentlich. Wo? Also, dass es sowas überhaupt gibt, meine ich. Ja, ein paar versteckte Dinger. Ich glaube, es gibt ziemlich viel in der Karte noch versteckt, was wir so noch nicht gesehen hatten und sowas. Aber auch versteckte Dungeons und sowas unterirdisch, die du halt so nicht so einfach siehst. Ich glaube, immer, als wir dann weit nach in die Pampa nach hinten gegangen sind, hast du im Boden so große, eingefallene Strukturen gesehen, wo, weißt du, so eine Riesenfläche, wo der Sand auf einmal einen Block tiefer ist. Da drunter ist wahrscheinlich was. Habe ich vom Hörensagen gehört. Habe ich mir auch mal sagen lassen in den Kommentaren, dass wenn man wirklich in eine bestimmte Richtung geht, hey, let's go. Sandstorm? Warum denn Sandstorm? Unser Weather Machine, ist die aus? Oh, oh. Werden die Weather Machine ausgemacht? Weiß ich nicht. Werden die Weather Machine ausgemacht? Oder, oder es war nur ganz kurz und hat jetzt aufgehört, weil die Weather Machine reingekickt hat. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall soll es irgendwo noch so ganz verschiedene Welten geben mit Bonus-Loot. Es gibt ja auch noch, glaube ich, da hatten wir uns letztes Mal auch gegengesträubt, so in dieser Stadt so einen Cheatraum mit Diamantblöcken und sowas, weißt du? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, da hatten wir letztes Mal auch uns gegen entschieden, da haben manche in den Kommentaren sich Sachen halt wieder erwähnt. Ja, okay. Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Leute, ich würde mal weitermachen bei der Mobfarm. Ich habe jetzt hier einen Wither-Säle reingezogen. Mob 4, äh, Mob Wither Tier 4. Ja, ist ja kein Problem. Dann gehen wir hin in den Mob-Controller, legen das rein. Oh, seht ihr das? Die Struktur ist voll geworden. Habt ihr das gesehen? Die ganzen Blöcke sind jetzt solide geworden. Das heißt, es funktioniert. Es ist aktiv. Jetzt macht es mit Energie Nether-Sterne. Richtig. Einfach mit Energie Nether-Sterne. Es gibt auch noch Upgrades dann, wo man reingucken kann. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier genau nochmal, oder vielleicht gab es erst später ein Inventar. Müssen wir mal gucken. Ich muss da jetzt Energie reinballern. Apropos zum Thema Energy. Du hast hier bei der Quantum Core, die hast du erstmal ein bisschen reduziert, ne? Damit die... Nee, die hat genug Energie. Die hat reduziert, weil das Problem ist, ohne die Mega-Erz-Fabrik, die ich das nächste Mal plane, haben wir nicht genug Gelorium-Produktion. Ah, okay. Also du kannst ruhig ein Energie-Ding rüberzwacken, dann wird sie wenigstens ein bisschen rüberkommen. Und alles andere läuft ja auch genug. Die Quantum Core, die läuft aber eigentlich perfekt, oder nee, hast du da Upgrades rausgemacht? Weil die Energie, die geht nicht auf Null. Jetzt würde die viel, viel schneller laufen. Ah, okay. Gut, die geht halt nie auf Null. Das ist die Sache. Ey, Leute, habt ihr da mal reingeguckt. Wisst ihr, wie viele Blöcke wir abgebaut haben seit dem letzten Mal? Wir haben 13 Millionen Blöcke abgebaut seit dem letzten Mal. Und in 13 Millionen Blöcken, das ist ein riesiges Loch. Das ist, kennt ihr noch die aus Graphic 8, das riesen Quarry-Ding, was ich gebaut habe? Zwei Mal, zwei Mal bis zum Bedrock runter? Das ist nichts dagegen. Da sind vielleicht ein paar, zwei, drei Millionen drin oder so. Das ist eine riesige Area, die bis zum Bedrock weggestrippt wurde. Oh, Leute, jetzt sehe ich euch die ganzen Ärzte. Wir haben 35.000 Copper Ore, 101.000 Eisen Ore. Hier nochmal 103.000 Copper Ore von einer anderen Art. 57 KZ-Quartz-Küste. Ich weiß, ob ihr die auch da rauskriegt. Ey. Was ist das? Lead, Aluminium Ore, Dilithium Ore. Das brauchen wir dann für hier Advanced Rocketry und so, wenn wir zum anderen Planeten wollen. Es gibt Destabilized Clothrate, was auch immer das ist, von Thermal Foundation. Bauxite. Ey, wir haben so viel Zeug. Wir haben so gestört viel Zeug. Wir haben super viel Zeug. Deswegen, das muss verarbeitet werden. Und aus irgendeinem dieser Ärzte, das habe ich schon getestet, kriegt man Jellorium Dust, welches man zu Jellorium Ingots auch machen kann. Und dann haben wir wieder massiv viel. Dann haben wir irgendwie so 60.000 Jellorium. Wahrscheinlich aus dem Oraniumohr oder sowas. Also Oraniumohr kannst du bestimmt nehmen für Treibstoff. Da haben wir 7.000 von. Ja, genau. Wir haben auch wieder mega viel. Ja. Dann würde ich folgendes machen. Dann zwack ich einfach mal Energie ab. Und zwar, du hast ja die oberen drei Kabel weggemacht. Ich würde die oberen drei wieder hinbauen und von den unteren welche abbauen lieber. Und dann unten durchführen zur Seite zum Mobfarm. So, das heißt, wir nehmen mal die Conduits wieder. Zum Glück, ich habe... Wie geil ist das, dass wir immer Energy Conduits jetzt parat haben, wenn wir welche brauchen? Ich habe die irgendwann mal in einer Folge vorbereitet. Jetzt müssen wir da nicht mehr drauf jedes Mal welche nachcraften. Oh mein Gott, Spark. Das ist die schlimmste Arbeit, die ich gerade mache. Aber ich tue sie echt gerne, weil das Ergebnis wird so schön sein. Endlich eine flache Basis, wo man bauen kann. Holzzaun wegbauen? Oder warst du da hinten nochmal was auffüllen? Also ich mache den Zaun weg gerade. Ich bin parallel am... Diese ganzen Lücken und Ebenen, wo man immer durchfällt und springen muss, bin ich gerade am wegmachen. Ja, die waren anfänglich halt da mit den Slabs und so, wegen den Suns-Stürmen. Aber dank dem Weller-Ding ist es ja komplett egal schon wieder. Ja, genau. Das ist so gut. Und dann schließen wir erstmal... Das hier ist ein Mobfactory-Layout-Block. Den kann ich wieder abbauen. Den brauchen wir nicht mehr. Der war nur da, um das Layout anzuzeigen. Und von hier unten seht ihr so ein roter Punkt. Da muss die Energy rein. Und die Frage ist jetzt, wie wir oben dann halt noch die Sachen rauskriegen. Ich glaube, man muss einfach eine Kiste dran platzieren. Und dann ist das sozusagen der Output. Aber, ja, so, jetzt kommt hier Conduit dran, Conduit dran, Conduit dran. Chat mal jetzt auch noch was. Du kannst die Conduit-Einstellung mit irgendeinem Item immer duplizieren oder so. Nur Filter kann man nicht reinsetzen, also. Ah, okay. Na, das ist ja gut zu wissen. Ihr habt das jetzt händisch gemacht. Hat ein bisschen gedauert, aber... Ja, also irgendwas gibt es da anscheinend, dass man es machen kann. Nur halt Filter gehen nicht automatisch rein. So, jetzt habe ich von unten mal Strom angeschlossen. Passiert hier was? Passiert hier was? Hat das Ding Energy? Ja, es lädt sich auf. Es lädt sich auf. Es wird ein Wither alle 420 Ticks gespawnt. Das sind, was sind da schon, 420 Ticks, 20 Ticks pro Sekunde. Das heißt, alle 21 Sekunden. Das ist schnell. Alle 21 Sekunden kommt gerade ein Ding durch. Es gibt auch noch irgendwelche Upgrades. Und die kann man dann daneben stellen. Und wenn ich mal in die AdWood wieder reingucke, noch mal zu dieser Searchbox-Mode. Ich habe synchronized eingeschaltet. Es geht aber trotzdem nicht. Ich kann in der Just-in-of-Items-Teile nicht suchen. Es ist synchronized, aber nur über den Terminal. Und er löscht jedes Mal raus, was drinsteht, wenn ich ihn schließe und öffne. Das ist das Problem. So. Ja, das stimmt. Das ist nur über das Terminal synchronisiert. Richtig. Und das ist buggy. Leute schreiben, ich sage schon die ganze Zeit, Probleme da. Leute schreiben die ganze Zeit, ich muss den Knopf drücken. Aber der ist drin. Es ist synchronized in Auto drin. Ich habe schon alles durchprobiert. Geht nicht. Es ist einfach buggy in der Version. Das Ding ist noch auf 1.10 hier. Schade, dass das nie geupdated wurde. Es wäre so geil, wenn da Updates gefahren worden wären. Wo wollte ich gerade hin? AdWood wieder. So. Wir hätten ja noch Möglichkeiten dann für Upgrades. Es gibt einen Decapitate-Upgrade, dass du irgendwie wahrscheinlich Köpfe rauskriegst. Es gibt einen Efficiency-Upgrade. Reduce the factory power cost by 30%. Ich glaube, da werde ich nochmal nach Upgrades gucken müssen. Und auch in Schandell Büchern so draufschmeißen müssen. Wir haben sogar noch ein Blood Magic. Also ich glaube, wir werden sehr viel Energie haben, wenn die Erze funktionieren. Und wenn wir die Kühlmittel drinnen haben und sowas. Deswegen denke ich, am besten wäre es echt. Ich weiß ja nicht, gibt es limitierte Upgrades oder ist das? Wie meinst du, du machst dir Sorgen um die Energieproduktion, ne? Ja genau. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ja, 30% weniger Energie kostet. Aber Energie ist eigentlich unser kleinstes Problem. Wenn wir das hinkriegen, dass wir genug Brennmaterial bekommen für den Reaktor. Dann weiß ich ja nicht, ob du einen limitierten Upgrade platzt. Nicht vielleicht lieber mit, ja, ich will mehr Wither. Wither. Achso, ich weiß gar nicht, wie viel ich hier hinstellen kann. Ich glaube, da kann ich beliebig viele daneben knallen. Achso, beliebig viele, ja. Ja, also hier an der Stelle, die macht man seitlich am Controller auch. Ich hoffe mal, also zumindest wie ich es gesehen hatte. Ansonsten musst du, das ist noch nicht aktiviert. Warum ist das noch nicht aktiviert, das Ding? Weiter. Ah, Sneak for Installed Upgrades. No Upgrades installed. Wie kann ich das Ding jetzt losschmeißen? Wahrscheinlich war kein Output da. Ich lege meine Kiste daneben. Ansonsten hätte ich gesagt, zum Thema Energie, ne? Du weißt ja schon, was wir mit den Netherstars machen können, die rauskommen. Netherstar Generator. Und der wird richtig Energie machen. Ist der besser als der Reaktor? Das weiß ich gerade nicht. Aber das hätte ich nochmal so als To-Do-Liste. Ja. Mehr Energie ist immer gut. Ja, ist jetzt nicht unbedingt essentiell. Aber da würde ich mich später nochmal drum kümmern. Pass mal auf. Fürs Erste muss man ganz kurz gucken. Einfach eine Chest. Ich packe jetzt mal eine Kiste daneben. Ich glaube, da reicht einfach irgendwie so eine Output-Kiste. Die kannst du dann hier hinstellen. Und dann kommen da schon die Items rein, wenn ich... Also, ich hätte gedacht, dass da ein Inventory sich vielleicht öffnet. Aber nein. Boah, vielleicht muss ich mal ganz kurz gucken, wie das Teil läuft. Also, ich hatte was gesehen gehabt. Und musste einfach nur eine Kiste hinstellen. Und dann schmeißt die das schon raus. Und von der Kiste hätte man ja dann wieder ins E-System importieren können und so. Aber es wird gerade keine Energie verbraucht. Also, Energie rein geht schon mal. Sie ist noch nicht eingeschaltet. Und fürs Einstellen bin ich anscheinend gerade noch zu blöd. Mal gucken. Oh mein Gott, ich habe was gefunden. Ja. Schau mal hier bei diesem abgestürzten Wrack. Ja, war wieder eine Kiste. Da ist eine Kiste mit einem Buch. Achso, das habe ich dir gezeigt doch schon. Achso, ich dachte, wir hatten es dann rausgenommen. Ich dachte, das wäre was Neues jetzt. Nee, 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 nee. Das habe ich dir doch in der letzten Aufnahme gesagt. Ich habe gesagt, hier ist noch eine Kiste. Also, ja, die war von Anfang an schon da. Ne? So. Achso, ich dachte, das wäre jetzt mal was Neues. Weil ich dachte, ich habe sie rausgenommen. Nee, 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 nee. Hatte ich nicht. Gibt es noch irgendwas zum Einschalten hier ansonsten? Ich weiß es gerade nicht. Mock Prism Frame. Nö, 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 nö. Irgendwie geht das einzuschalten. Ich habe es wieder, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht rausgekriegt, wie. In der neuen Version musste man einfach da eine Kiste hinstellen. Oh, doch. Es geht schon. Es läuft. Hier sind drei Nether-Stars drin. Huch. Okay. Ja. Nevermind. Umsonst Sorgen gemacht. Das geht schon. Hat doch funktioniert. Einfach Kiste dran. Dann schon ein bisschen gedauert. Hier sind drei Nether-Stars drin. Sulfur und Solidified Experience. Und jetzt wird auch ... Toll, man sieht nicht, dass die Energie runtergeht. Okay. Ich verbrauche für einen Wither, glaube ich, gerade 596.000 RF, wenn ich das richtig sehe. Nicht viel. Dann können wir trotzdem noch reduzieren, ne? Mit sämtlichen Upgrades. Gibt es Speed-Upgrades bei dem? Ich glaube, Efficiency-Upgrades. Dann ist es schneller. Also Mars, dann spawnen mehr Mobs. Es gibt ein Mars-1-Upgrade, dann spawnen vier Mobs. Mit Mars-2 spawnen sechs. Und mit Mars-3 spawnen acht. Also ich vermute mal, dass wir schon das Beste dann am Ende nehmen sollten. Dafür brauchen wir jetzt hier wieder Upgrade-Stuff. Tier 3 habe ich sofort schon. Ja, ich brauche jetzt drei Efficiency-Öffentliche-Forge. Warte mal ganz kurz, Mars. Fortune 3, Fortune 3, Fortune 1, Fortune 3, Fortune 2. Okay, ich brauche zwei Fortune-3-Bücher, ein Fortune 2 und ein Fortune 1. Aber du hast doch diesen Enchanter gemacht, ne? Ja. Wo steht der denn auch mal genau? Der steht hier vorne an der Wand zum ... Ah, okay, gut. Ja, das ist ja dann doch relativ chill jetzt machbar. Dann trage ich einfach ein, welche Bücher ich haben will. Und dann läuft die Sache, oder? Ja, aber sowas von ... Hier, Book. Haben wir neun Stück. Und dann wahrscheinlich noch Lapis, ne? Ich habe schon diesen Ender-Oat-Enchant schon lange nicht mehr genommen. Einfach ein Buch rein. Warte mal, ganz kurz, nicht mehr kloppt. Ich brauche einen Book & Quill, ne? Ansonsten geht es nicht, oder? Genau, aber die kannst du dir craften. Wir haben alles da. So, Feather haben wir noch fünf Stück. Das ist jetzt nicht so viel. Ich habe da hinten aber ne Hühnchenproduktion. Ich kann kurz die Eier rausnehmen. Okay. All right. Und natürlich nen Ink-Sack war das. Dann mal 47. Ja, dann mach ich mal ... Ich hab dir mal zwei Stacks Federn wieder ins System gelegt. Das ist gut. Da habe ich genug. So, jetzt habe ich erst mal fünf Bücher geholt. Quest updated. Wow. K.O. habe ich jetzt gekriegt. Buch. Ach, war gegen den Federn, oder was? Wahrscheinlich. Ich bin mir grad nicht sicher, was da passiert. Haha, witzig. Ähm ... Ja, das kann sein. Ja, das waren die ... Es waren Eier. Äh ... Da seht ihr mal. Wir haben noch nie mal geguckt, dass wir schon die Quest längs hätten. Habe ich es nicht deswegen überhaupt platziert damals? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, Leute. Jetzt gucke ich mal kurz durch die Enchantments durch. Ich brauche Fortune. Eins, zwei und drei. Hier bei Fortune. So. Man kann ... Je nachdem, wie viel man reinlegt, gibt es eine unterschiedliche Fortune-Stufe, glaube ich, ne? Genau, du musst ... Also, ich würde dir empfehlen, egal wie viel da steht, leg von beidem den ganzen Steak rein. Aber ich möchte ja nur ... Ich möchte ja einmal Stufe eins haben, einmal Stufe zwei und einmal Stufe drei. Also exakt das Rezept nachbilden, sozusagen. So, okay. Das ist die Sache. Deswegen eins, zwei ... Einfach einreihen. Das ist ein Fortune-1-Buch. Check. Dann brauche ich ein Fortune-2-Buch. Auch Check. Und dann brauche ich jetzt ein Fortune-3-Buch. Ah, das kostet 27 Level. Die habe ich natürlich nicht. Jetzt brauche ich zwei mal 27 Level nacheinander und dann gehe ich zur XP-Maschine. Sag mal, warum siehst du das eigentlich alles immer voraus? Du wusstest mit der Lava. Jetzt weißt du was mit den XP, dass ich die brauche? Ich weiß. Das mag ich nicht einfach. Ich arbeite dir nur zu. Sehr gut. Ja, sonst hätte ich die ganzen XP-Dinger mir einzeln reinpfeifen müssen. Aber ... Also, ich meine, du kannst ja trotzdem ein Steak in die Hand nehmen über den Draw und gleichzeitig drücken. Dann bist du noch ein bisschen schneller. Das geht ja eigentlich angenehm, finde ich. Das geht ruck-zuck hier. Das ist super schnell. Fortune-3. Jetzt nochmal 27 Level und dann habe ich auch schon alles. Dann hätte ich jetzt ein Mars-Upgrade. So, das zieht dann ein kleines bisschen mehr Strom. Wird aber mehrere Mobs auf einmal machen, wenn ich das richtig sehe. Zack, das passt. Also, ich hoffe, dass es auch bei Wither funktioniert. Mars-1-Upgrade steht, dass da vier Mobs kommen. Aber aktuell kommt ja nur eins beim Wither. Von eins auf vier ist halt massiv. Dann sechs, dann acht. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt reinkickt wird. Ich meine, dass du den Wither freigeschaltet hast, ist ja nur, weil du dieses Tier-Upgrade gemacht hast. Genau. Aber Mars-1, also ob direkt schon... Also ob ich jetzt acht... Also ob ich die nette Produktion jetzt schon verachtfache. Aber... Hört sich da noch an. Ich kann es nicht craften irgendwie. Warte mal ganz kurz. Manche Sachen kannst du nur in der Standard-Werkbank craften. Okay, vielleicht ist das der Grund. Mal tauschen. Jetzt geht's. Ja, in der normalen Werkbank geht's. Dann habe ich jetzt ein Mars-Dry... Mars-Dry... Ein Mars-Stufe-3-Upgrade. So, und ich glaube, ich kann die jetzt hier daneben stellen. Boop. Und jetzt kann ich sneaken. No Upgrades installed. Immer noch nicht. Wir haben schon 19 Netherstars jetzt hier drin, ne? Also, falls du mein Netherstar brauchst. Easy. Ich bin gerade am gucken. Also, eigentlich dachte ich, das muss daneben platziert werden. Aber das Teil macht's nicht. Oder ich muss irgendwie das nochmal... Disablen und Enablen, indem ich neue Strom anschließe oder abbaue. Warte mal kurz. Nee. Irgendwie, ich krieg das Upgrade da nicht drauf. Hm. Meinst du vielleicht, du hast ja... Sind das verschiedene Mars-Upgrades mit verschiedener Wertigkeit? Ich hab... Ich hab also... Das ist ein Block sozusagen. Den muss ich hier draufsetzen. Und ich hatte gesehen eigentlich... Ich weiß doch erst mal, was in der späteren Version ist. Du musst das Upgrade halt hier so seitlich neben das Ding setzen. Und dann funktioniert's. Aber der wird nicht erkannt. Der aktualisiert sich nicht zu einem, äh, entsprechenden Block hin. Gibt's kein Festbuch oder sowas? Oder eigentlich kein Buch von der Mod? Es gibt ein Buch von der Mod. Aber das ist ein bisschen, ähm, unerklärlich. So ein Wood Manual kann ich aber machen. Das ist halt Work in Progress. Und wenn ich da reinklicke... Äh, Alter of Mobgrinder. Next. Steht dann da was? Warte mal ganz kurz. Ah, du musst Tier 1, Tier 2 und Tier 3 anscheinend machen. Und dann musst du das, äh, aufeinander stapeln anscheinend. Ja, das ergibt auch Sinn. Das ist das, was ich meinte. Weil wenn du ja schon mit dem höchsten Tier direkt beginnst... Ich dachte halt, dass das, ähm, dann... Dass du mal mehrere von Tier 3 setzen kannst sozusagen dann, ne? Genau. Dann einfach welche Upgrades du haben? Mass Upgrade. Einfach nur erhöht die Menge der Mobs, die spawnen. So. Da Looting uns nichts bringt, weil Wither Stars immer nur einen Netherstar pro... Äh, Wither nur einen Netherstar pro... Äh, Wither nur einen Netherstar pro 4 halt droppen. Müssen wir halt mehr Mobs machen. Und jedes Mob extra kostet auch nur ein Drittel der normalen RF-Kosten. Also nicht die vollen Kosten. Ja, dann muss ich gucken, dass ich die Totems hier irgendwie drauf stelle. Und dann muss ich nochmal zusätzlich die Tier 1 und Tier 2 Upgrades machen. Aber ich glaub, das Craften werde ich mal ganz in Ruhe. Dann haben wir schon mal rausgefunden, dass das nicht ganz so easy ist, äh, wie ich gedacht hab. Ich werd nochmal gucken mit den Upgrades. Und ich hoffe mal, in ner zukünftigen Folge kriegen wir das hin. Ich würd aber erstmal abgeben an Kev. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schau dir den Platz an, den ich freigemacht hab, hier neben dem Reaktor. Ja, den kann ich mir noch geben. Einen Moment. Bin drüben. Guck mal, alles freigebuddelt. Ja, das ist das ganze schöne Schiffswrack. Ich fand aber cool, dass du hier das Triebwerk stehen gelassen hast. Das sieht cool aus. Ich hab nur diese Unebenheit im Boden auch weggemacht. Und die Bäume, die wir nicht mehr brauchen und so. Ja, ja, das ist schön. Das ist schön. Oh, gut. Ich hab die gehabt für Fäden und so, aber das hat sich jetzt eh erledigt. Das ist wunderbar. Ich, Leute. Ich wollt grad sagen, in der nächsten Folge kriegen wir die Farm zum Laufen. Nein, die Farm läuft jetzt schon. Die ist schon aktiv. Wir haben sie zum Laufen gekriegt. Das wollen wir nicht missverstehen, ja. Die Kiste läuft. Währenddessen ich hier schon getestet und geguckt hab. Wir haben jetzt insgesamt 35 Netherstars reingekriegt. 36. Das geht schon echt zügig. Besser, als wir es jemals per Hand hätten machen können. Die Kiste läuft insane gut. Ich werd dann hier am ME-System noch hier unsere kleine Proxy-Kiste anschließen. Und dann haben wir das bei uns im ME-System alles drin. Wir kriegen so viel raus. Dann noch mal weitere XP-Kugeln, die wir wieder rausballern können. Und die Sache läuft. Ja, du kannst ja drüber hafern über den Blog unten. Dann siehst du, wie schnell Mobs spawnen, wie viel Energie drin ist und sowas und alles Mögliche. Und das heißt, in der nächsten Folge sorgen wir für Upgrades. Aber laufen tun sie, deswegen Erfolg ist schon passiert. Leute, bis demnächst. Als Knachen und ciao, ciao.